Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3405 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kannst du mir helfen, dieses Projekt vorzubereiten? Ich schaffe es nicht alleine. Kannst du mir helfen, dieses Projekt vorzubereiten? Ich schaffe es nicht alleine. Kannst du mir helfen, dieses Projekt vorzubereiten? Ich schaffe es nicht alleine. Wir haben uns beim Training kennengelernt und wir sind heute unzertrennbar. Wir haben uns beim Training kennengelernt und wir sind heute unzertrennbar. Wir haben uns beim Training kennengelernt und wir sind heute unzertrennbar. Wann immer wir Treppen sehen, ergreifen wir die Chance, sie hochzulaufen. Wann immer wir Treppen sehen, ergreifen wir die Chance, sie hochzulaufen. Wann immer wir Treppen sehen, ergreifen wir die Chance, sie hochzulaufen. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich muss euch das vorlesen, denn es ist nicht so einfach zu verstehen. Ich werde bald auf dem Trainingsplatz sein. Das sind wesentlich mehr Informationen, als ich jetzt verarbeiten kann. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Dieses Training wird neu und hart für euch sein, aber ich garantiere euch maximalen Erfolg. Dieses Training wird neu und hart für euch sein, aber ich garantiere euch maximalen Erfolg. Siehst du den Hubschrauber? Siehst du den Hubschrauber? Er fliegt ganz niedrig. Siehst du den Hubschrauber? Er fliegt ganz niedrig. Mein Training war erfolgreich. Die Smartwatch zeigt gute Werte an. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Vergiss nicht, den Teppich im Wohnzimmer zu saugen. Vergiss nicht, den Teppich im Wohnzimmer zu saugen. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Ich stelle den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur ein. Das Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen von Amsterdam. Das Kreuzfahrtschiff liegt im Hafen von Amsterdam. Denen kann dazu beitragen, Verspannungen und Steifheit der Muskeln zu verringern, insbesondere nach längeren Phasen des Sitzens. Ein Boot ist eine hervorragende Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltagsstress und zur Entspannung. Ein Boot ist eine hervorragende Möglichkeit zur Flucht aus dem Alltagsstress und zur Entspannung. Wir entwickeln neue Konzepte mit künstlicher Intelligenz für die Automobilindustrie. Ich trainiere für den Auftritt unserer Tanzgruppe. Ich trainiere für den Auftritt unserer Tanzgruppe. Ich trainiere für den Auftritt unserer Tanzgruppe. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Leonie und ihr Vater machen Waffelteig. Es ist wieder Wochenende. Die Kinder freuen sich, dass sie sich in unseren Betten austoben können. Es ist wieder Wochenende. Es ist wieder Wochenende. Schwäne bleiben lebenslang mit demselben Partner zusammen und beziehen jedes Jahr dasselbe Nest. Wir brauchen für den Transport weitere Holzpaletten, die ich gerade günstig bestellt habe. Wir brauchen für den Transport weitere Holzpaletten, die ich gerade günstig bestellt habe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Es ist wieder ein Like. Vielen Dank.